75 Jahre Städtetag NRW. Das ist wahrhaftig ein Grund dankbar und stolz zu sein auf 75 Jahre starke Lobbyarbeit in einem Bundesland, was sich erst mal finden musste direkt nach dem Krieg. Aber gerade die Rolle der Städte, die Vernetzung der Städte, aber auch deren Einsatz gegenüber den Regierenden im Land hat gezeigt, wie kostbar dieses Netzwerk ist. Und geht es uns nicht allen so, dass wir gerade in der Covid-19-Krise erfahren hatten, wie agil und wie schnell auch die Geschäftsstelle des Städtetages NRW arbeitet, wie schnell wir wichtige Informationen verarbeiten konnten und wie schnell es uns gelungen war, auch unsere eigenen Vorstellungen, Sorgen und Anliegen sehr zeitnah und sehr gebündelt an die Landesregierung und auch an den Landtag weiterzugeben. Aber es ist eben auch die Fachkompetenz, die in der Geschäftsstelle gebündelt ist, die uns hilft, die Dinge zu sortieren, Zukunftsaufgaben zu definieren und uns die Möglichkeit zu geben, uns selber zu orientieren. Denn es gibt nichts Kostbareres als ein Netzwerk der Städte, die nicht nur auf der HVB, also auf der Hauptverwaltungsbeamtenebene miteinander verbunden ist, sondern auch verbunden ist über die politisch Schaffenden, aber auch über die, die in den Verwaltungen tätig sind. All das ist Grund genug, nicht nur dankbar zu sein, sondern vor allen Dingen zu gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch, Städtetag NRW, 75 Jahre Geburtstag, ein tolles Ereignis. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit.